Ja, wir sind jetzt eigentlich schon fast am Ende angekommen. Ich möchte am Schluss nochmal dazu aufrufen, wenn ihr selber mal etwas präsentieren wollt oder ein Thema habt, das ihr mitteilen wollt, meldet euch einfach bei mir oder bei Claudio oder bei anderen Leuten aus der Organisation vom Netzpolitischen Abend. Wir freuen uns immer über Leute, die auf uns zukommen und uns mit ihren Ideen sozusagen auch ein bisschen unterstützen, dass wir da ein spannendes Programm zusammen bekommen. Ja, ich möchte mir dann eben auch zum Schluss nochmal herzlich bedanken bei MetaLab. Genau. Und bei den Leuten hinter den Audio-Tischen und eben auch verabschieden bei den Leuten zu Hause. Und danke auch fürs Kommen hier. Noch ein letzter Hinweis, der nächste Netzpolitische Abend ist wie immer am 1. Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr. Das heißt, am 5. Februar ist das nächste Mal hier wieder Netzpolitischer Abend. 2. Februar? Ah, ja. Ja, 2. Februar. Genau, danke. Und ja, dann lade ich noch zum Verweilen an der Bar und in Räumlichkeiten an und bedanke mich bei euch allen. Applaus 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 Vielen Dank.